Hey, Kenners! Was geht denn bei euch? Na, alles klar. Ich wollte ja ein bisschen Rainbow Six auf dem Kanal bringen und das mache ich jetzt auch. Ich habe die letzten paar Missionen alle im Livestream gespielt, ja, auf Hardcore. Steht das irgendwo dabei? Wahrscheinlich, ne, oder? Ich habe es alle auf Realistic gespielt, ohne Witz. Nennt mich beim Watt. Und ich dachte, ich spiele jetzt einfach mal so eine Situation, Situation, vielleicht auch ein bisschen online. Aber ich will einfach mal ein bisschen Rainbow Six machen, ja, weil ihr wisst alle, ich bin Hardcore-Profi-Spieler. Und ist natürlich klar. Achtung, jetzt werden wir geprieft. Na gut, sieht schwer aus, ja. Mhm, 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 mhm. Okay. Okay. Oh, oh. Oh, oh, oh. Chill doch mal, okay, dann muss ich dich erst schlagen, oder was? Ich dachte mir, es ist einfach, damit ich... Äh, ups. Damit ich online gescheit spielen kann, also einfach zu Rand kommen. Dachte ich mir, komm, ich mache so ein bisschen hier, äh, ne, einfach so ein bisschen das hier halt. So, komm, ich reinforce einfach mal diese Wall hier. Aber die kann ich zumachen, ne, ja. Okay, cool, dann. Ich mache jetzt Zoom. Komm schon. Und hier auch noch, komm. Oh, fuck. Oh, fuck. Hier, ihr Pisser. Ha, ha, ha. Ihr habt gar nichts gefunden. Was habe ich hier? Oh, oh, oh. Oh, oh. Easy. What the fuck, man? Oh, shit. Ha. Ja, irgendwie bin ich schwach auf der Brust gerade, ne? Alter, sie kommen einfach hinter mir. Guck dir das an. Die Tür nebendran war doch schon offen. Na, retry natürlich. Ich reinforce erst mal diese Wand hier, so. Ach, guck mal, hier kann ich mir Ammo holen. Alles klar. Cool, ey, Mann. Was? Ihr Pisser. Fuck. Okay, alle sind down. Alter Verwalter, jetzt haben sie mir hier die Wand eingerissen. Ja, aber ich nehme an, das ist einfach am besten, wenn ich so ein bisschen hier dieses Spiel einfach, also mir das Spiel lerne. Ich mache alles zu. Ihr könnt es gerade mal vergessen, ihr Fickhäste, ja. Alter, gosh. Ha. Jetzt mache ich schon Barrikade, das glaube ich aber. Und die reden vor sich auch direkt. Ach, kann ich nicht. Ach, guck mal, hier kann ich auch zu machen. Ja, geil. Bam, bitch. Er ballert mich um. Wie er macht alles, dass ich mich geklatscht oder was. Das Spiel ist einfach zu einfach für so einen Pro wie mich, deswegen verkacke ich andauernd. Ist eigentlich so einfach. Aber meine Geisel wird immer in den Arsch gezwickt, das ist krass. Ich muss einfach nur 50 Life noch haben am Schluss. Und smoke, eine Smoke-Renade nur zum einen zu killen. Easy. Eee, gut. Jetzt wird zu, ihr Pimmel. Komm schon, komm schon, komm schon. Schon wieder. Ach, guck es dir an. Es ist aber auch echt Pech, oder was hier passiert? Ich habe hier außen jetzt so Dinge hingemacht. Äh, Schmuck. Und ich mache hier an diese Tür einfach auch nochmal so ein Ding. So. Bälle 1 von 3. Läuft. So. Alles gezündet. Shit, bei der Tür kommen sie. Bam. Bam. Herr Mutter, take my hostage down. Komm und hol dich. Äh? Bam. Bam. Oh, nur noch 27 Life. Shit. Ich wollte es doch gescheit machen. So, ihr Schweine. Achtung. Zack. Zack. Oh, fuck. Wie ungeschickt. Bam. Ich habe die Hostage vergast. Scheiße. Oh, 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 oh. Fuck, man. Heute ist mein Pechtag. Uh-oh. Wow. So, und jetzt? Ich sollte nicht versuchen, die Sterne zu bekommen. Ich sollte einfach die Mission jetzt locker mal machen hier. Fuck, fuck, fuck. Yeah. Bam. Natürlich trifft er mich. Musste das jetzt sein. Also, zwei Wände fehlen mir noch. Eine kann ich jetzt noch machen in dieser kurzen Zeit hier. Ich mache es hier hinten so, dass ich da so ein Ding dran klebe. Und falls sie hier durchbrechen, lege ich noch eine Stinky Winky hin. Und hier vorne warte ich wieder. Ey. Mein... Scheiße. Wie? Ich konnte es nicht zünden. Nein, nein, nein. Nein! Fuck. Der ganze Plan hat nicht funktioniert. Anscheinend verschwindet es einfach, dieses Scheißding. Oh, nein. Es verschwindet einfach, wenn man es an die Tür pappt und jemand einreißt. Das muss ja immer mal gesagt werden. Warum fällt es nicht einfach runter? Ist das eine Scheiße? Gestern habe ich ja mit Mates gespielt im Stream, ne? Hey, ich stehe vor der Tür, die ich selbst verschlossen habe und kriege es da nicht mehr auf. Ich wollte reinschlagen, wusste nicht, wo schlagen ist, weil es auf V ist. Ein Schildspast! Alles klar! Ich mache es jetzt so. Ich renne jetzt noch mal kurz raus und mache diese Bomben und Gasdinger vor die Eröffnungen. Also hier Gas hin, meinetwegen, hier. Oh, es war ein bisschen weit hoch, glaube ich. So, kommt her. Ich bin vorbereitet. Wupp! Kommt her, ich bin vorbereitet. Ich drücke und verdiene es einfach nur eine Knallerbse. Guck mal, was war denn das? Ich habe jetzt direkt... Na, 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 na. Komm! Go, go, Reinforcement! So, hier, bum bum hin. So, bum bum klebt. Man muss so Ausdrücke haben, weil ich sonst mache ich nichts. Dann mache ich halt einfach nichts mit der Geschichte. Und jetzt, ihr Schweine! BAM! BAM! Weg von der Tür! Scheiße. Die schmeißen den Smoke. Der Wahnsinn. Also meine, bum bum hat ja super funktioniert. Aber das Gas hat leider so noch nicht funktioniert. Egal, bum bum dahin. Zack, Tür wieder neu. Hallo? Tür, Tür, Tür! So. Batsch. So. Viel Spaß. Komm schon. Ja! Gas kill. So, Leute, wir haben auch den Stern fürs Gas bekommen. Sehr schön. Und wisst ihr was? Wir können sogar noch den 50 Live-Stern bekommen, wenn ich jetzt gut spiele. Und ich spiele immer gut, von daher kriegen wir ihn locker. Also, bum bum hier hin. Bopp. Stinky winky. Ich schmeiß noch eine Stink. Warte mal, okay? I'm ready like your daddy. Ah, jetzt kommt der Schildy, ne? Wenn wir Pech haben. Ja, jetzt kommt er hundertprozentig. Wow! So. So. Habe ich das nicht geschafft? Ja. Ihr könnt ja mal sagen, was ihr hierzu sagt. Ich dachte, so eine kleine Abwechslung zu CSGO ist vielleicht angenehm. Das nächste wäre dann Neutralized Cell. Hält sich auch gut an. Auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Weil. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Tschau. Das heißt motto. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tau. Tschau. Tschau. sollen queIN TEDIωςge Leute baig о Tau. 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 Tau wall. Vielen Dank.